Der Platz am Brandenburger Tor heute, menschenleer. Die frühlingshaften Temperaturen hatten gestern noch viele Menschen ins Freie gelockt. Yoga mit Abstand. Seit einer Woche gilt, Treffen von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit sind verboten. Das öffentliche Leben ist quasi zum Erliegen gekommen. Bundeskanzlerin Merkel, hier noch im Kabinett, aktuell selbst in Quarantäne, bittet um Geduld. Heute ist es so, dass sich etwa alle fünfeinhalb Tage die Zahl der Neuinfektionen verdoppelt. Aber dieser Zeitraum muss sich noch verlängern. Er muss in Richtung von zehn Tagen gehen, damit unser Gesundheitssystem nicht überfordert wird. Niemand könne sagen, wie lange diese schwere Zeit anhalte, so Merkel. Ihr Parteikollege und Kandidat für den CDU-Vorsitz Armin Laschet hingegen sagt in der Welt am Sonntag, der Satz, es sei zu früh, über eine Exit-Strategie nachzudenken, ist falsch. Jetzt sei die Zeit, Maßstäbe für eine Rückkehr ins soziale und öffentliche Leben zu entwickeln. Bundesfinanzminister Scholz stellt sich indes dagegen, die Maßnahmen aus wirtschaftlichen Gründen zu lockern. Deshalb ist es aus meiner Sicht zynisch, wenn einige jetzt beginnen, darüber zu diskutieren, dass gesundheitliche Fragen hintanstehen sollen und dass wirtschaftliche Fragen vorangehen. Jetzt ist das Allererste, die schnelle Ausbreitung der Pandemie zu begrenzen. Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, warnt in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vor Zuständen wie in Italien. Eine schnelle Rückkehr zur Normalität mit Besucherströmen am Brandenburger Tor hält er für den falschen Weg.